Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker 1 Level Per Day. Das heutige Level wurde uns exklusiv eingeschickt von dem... Binnie steht hier, Lukas Kuhn, Binnie. Und, äh, Temple of Basoth. Basoth? Basoth? Keine Ahnung wie das ausgesprochen wird. 56 Leute haben sich probiert, 11 haben es geschafft, 147 Versuche gab es, was eine Abschlussrate von 7,48% macht. Im Super Mario Bros. 3-Stil, mal wieder ein anderer Stil, wir hatten jetzt schon lange kein Super Mario Bros. 3 mehr. Und ich freue mich so, Binnie, Billy, wie auch immer, Lukas Kuhn, welcome to your final destination. So. Der Trupple nimmt hier erstmal alles auseinander. Könnte sein, dass hier eine Feder drin ist oder so. Oh ne, toll. Ähm, lieber Lukas. Ich hoffe für dich, dass das jetzt hier keine Trolltüren sind. Ja, komm. Hat der hier nichts verstanden? Ah, okay, gut, hier hat sich das schon erledigt. Okay, also hier finden wir nichts. Ich muss also anscheinend durch eine Tür durch. Tür Nummer 1 oder Nummer 2? Geil, eine Doppeltür. Cool. Und hier gibt es sogar ein Checkpoint. Aber was will er hier von mir? Habe ich jetzt hier Trollröhren? Ist ja noch schlimmer. Ah, halt. Hier ist ein Block. So, dann geht der nach oben. Ich würde jetzt gerne sehen, was da oben passiert. Also, irgendwo ist ja jetzt der P-Switch. Ah, da. Und wir haben einen P-Switch-Run. Oh nein, ich brauche noch Münzen. Okay, ich habe es verstanden, was er will. Episch. Halt, ich will erst oben lang. Also, die Idee dahinter gefällt mir sehr gut. Es hat immer was mit einem P-Switch zu tun. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wo könnte hier der P-Switch sein? So. Ach ne, hier brauche ich gar keinen P-Switch. Und durch da. Oh. Jetzt bin ich aus Versehen durch die Tür. Es gibt noch einen Trick. Boah, ne. Ja! Weil auch, ne? Ei, 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 ei. Das kann er mir noch nicht antun. Ich muss klein sein. Ja, und zurück das Ganze, klar. Obwohl, wartet mal. Zurück kann ich tricksen. Das ist, das ist so gewollt. Okay. Nein. Verdammt. Da ist ein Stachel. Und der Stachel, der tut weh. Schlüssel Nummer vier. Mie, 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 mie. Okay, gut. Gut. So, tschüss, tschüss. Jawoll. Did it. Ha! Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Die Idee hier hinter. So ungefähr will ich ja mein Level auch mal aufbauen, wenn ich das mal irgendwann fertig habe. Und dann gibt es wahrscheinlich hier die Möglichkeit, jetzt durch die Schlüsseltür zu kommen. Und wahrscheinlich kommen wir dann noch in einen ganz anderen Bereich. Nochmal so welche Herausforderungen. Könnte natürlich möglich sein. Oh nein. Ach, das kann man skippen, locker. Nein, oder auch nicht. Bowser Junior, es tut mir leid. Der hätte mal jetzt noch einen Schlüssel einbauen können. Der hätte die Möglichkeit bestanden, aber gut. Hat mir sehr gut gefallen, das Level. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Und ja, ich sage wie immer, ich bin euer Tro. Mario freut sich auch. Dem hat es auch gefallen. Haut rein. Tschö, tschö.